Moin Leute, ein Zuschauer hat mir die folgende Schlagzeile des ADAC geschickt und hat mich gefragt, stimmt das Andreas, ich kann das eigentlich nicht glauben. Denn der Grund ist, das ICCT zeigt ein komplett anderes Bild, die Stufen Erdgasautos nämlich kaum besser ein als Benziner und Co. Und das sind im Übrigen die Jungs und Mädels, die maßgeblich zur Aufdeckung des VW-Abgasskandals beigetragen haben. Und ich dachte mir, okay, wem sollst du jetzt glauben von den beiden? Und dann dachte ich mir, okay, gute Idee, dir und deinem Team. Also haben wir den Kram über Wochen hinweg nachgerechnet und wir haben krasse Erkenntnisse erlangt. Und zwar was den ADAC angeht, aber auch was den ICCT betrifft. Wir werden euch das heute präsentieren und euch zeigen, wie der VW-Ab gegen den Gas-Ab nach unserer Berechnung abschneidet. Und dass das Statement, was der ADAC da abgibt, eigentlich nicht haltbar ist. Und damit nicht genug, Professor Volker Quaschning und Professor Hundhausen werden dazu ebenfalls noch ein Statement abgeben. Also es ist ein verdammt heißes Thema und ich sag jetzt mal, los geht's. Ach ja, und alle E-Mails, die wir mit dem ADAC hatten und unsere eigenen Berechnungen und Quellen, findet ihr unten in der Beschreibung. Okay, die große Frage ist, wo liegt der Unterschied und wer hat am Ende eigentlich recht von den beiden? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, die ICCT-Studie berechnet das ganze Leben des Autos. Also von der Herstellung, Nutzung bis hin zum Recycling. Alles wird einbezogen. Die beziehen sogar ein, dass für unser E5 oder E10 an der Tankstelle wichtige Landflächen für zum Beispiel Nahrung, Getreide und für Sprit verwendet werden. Okay, aber zurück zum Thema. Das ICCT bezieht also alles ein. Und was macht der ADAC? Der benutzt die sogenannte Well-to-Wheel-Betrachtung, also den Weg von der Kraftstoffquelle, wie zum Beispiel Öl, bis zur Nutzung im Auto. Und hier links seht ihr, was da so alles eingeht. Ja, die Herstellung, Recycling und so weiter, das wird alles in dem Falle nicht berücksichtigt. Das klingt ja erstmal irgendwie mäßig positiv. Also will jetzt hier der ADAC etwa E-Autos schlecht reden? Nee, ganz im Gegenteil tatsächlich, denn hier würde das E-Auto verlieren. Die Produktion und das Recycling von Auto und Batterie ist emissionsmäßig wesentlich schlechter als beim Fossilen. Und das sieht auch der ICCT so und hat genau das mit einbezogen, wie ihr hier sehen könnt. Trotzdem machen diese Parts nicht den Löwenanteil aus, okay? Also wir bohren nochmal ein bisschen tiefer und schauen nochmal weiter rein, was da noch alles fehlt. Okay, hier kommt der erste wichtige Punkt. Erdgas besteht nämlich zum Großteil aus Methan und das Zeug ist richtig scheiße fürs Klima. Über 20 Jahre gesehen ist es 80 Mal klimaschädlicher als CO2. Und es hat damit einen ähnlich hohen Anteil am Klimawandel wie CO2 selbst. Kurzes unnötiges Nerdwissen zur Auflockerung. Ein Furz hat im Übrigen nur so 0 bis 10% Methananteil. Und das Gas ist im Übrigen nicht für den unangenehmen Geruch verantwortlich. Es ist farb- und geruchslos. Okay, aber zurück zum Thema. Warum ist Methan überhaupt so wichtig? Und ich meine, das wird ja verbrannt oder in Tanks gelagert. Also wo ist jetzt eigentlich das große Problem bei der Kiste? Bei der Erdgasförderung, beim Transport und auch bei einer nicht vollständigen Verbrennung wird Methan an die Umwelt abgegeben und schadet dem Klima deutlich mehr als CO2. Okay, das kann man ja eigentlich auch mit einberechnen. Also checken wir mal, ob das auch wirklich passiert. Ja, gucken wir uns den ICCT an. Methan checkt. Ja, machen die. ADAC? Ne, haben keinen Bock drauf. Und da kann man jetzt die Frage stellen, warum lässt der ADAC bei der Berechnung einfach mal Methan weg? Also so nach dem Motto, was ich nicht rieche, existiert auch nicht. Oder wie ist jetzt hier die Prämisse? Das war mir nicht ganz klar. Und welche Konsequenzen das für den ECO-Test hat, erkläre ich euch auch gleich noch. Okay, wir haben beim ADAC nachgefragt und die gefragt, warum Methan jetzt eigentlich nicht bewertet wird. Und die Antwort, die ist hier oben. Da im Rahmen des ECO-Tests aktuell nur der CO2-Ausstoß bewertet wird, wird auch für die Bereitstellung des Kraftstoffs nur der entsprechende CO2-Wert verwendet. Es ist geplant, künftig auch die weiteren Treibhausgase in die ECO-Testbewertung aufzunehmen. Okay, fragen wir Professor Hundhausen. Was ist da los? Methan einfach weglassen? Ist das Ganze dann überhaupt noch sinnvoll? Oder ist das eigentlich auch gar nicht so dramatisch? Vielleicht macht es ja auch gar nicht so viel aus, wie ich jetzt gesagt habe. Natürlich muss man den Effekt von Methan berücksichtigen. Methan verbrennt nicht zu 100 Prozent, sondern vieles entweicht in die Atmosphäre. Und da das Methan als solches ein viel potenteres Treibhausgas ist als CO2, über 20 Jahre, 85 Mal potenter, ist klar, dass durch den Erdgasschlupf, den es eben beim Transport über die Pipelines in Russland und an den Quellen, dass dadurch das Methan oder das Erdgas als Antrieb genauso schlecht oder sogar schlechter ist als Diesel. Alles klar. Ihr denkt jetzt, dass das schon alles war? Nee, denn die wichtigsten Punkte kommen nämlich jetzt erst. Okay, kommen wir zu einem der allerwichtigsten Punkte und das ist Biogas. Das ist eigentlich eine interessante und auch potenziell wirklich wichtige Sache. Also ich will das jetzt auch überhaupt nicht schlechtreden. Biogas ist eine coole Sache. Aber der ADAC geht davon aus, dass die besten Biogasautos mit 40 Prozent Biogasanteilen. Und das ist ein Problem. Woher nämlich diese 40 Prozent kommen sollen, konnten wir erstmal nicht nachvollziehen und auch nicht verstehen. Denn in der angegebenen Quelle des ADAC steht das nicht drin. Wir haben beim ADAC nachgefragt und haben auch Antwort erhalten. Also wie kommen die 40 Prozent Biogasanteil zustande? Wenn wir uns das deutsche Erdgasnetz ansehen, dann hat das 1 Prozent Biogasanteil und ein anderes Netz gibt es nicht. Das bedeutet, Biogas an der Tankstelle ist genau dieses Gas mit dem 1 Prozent Biogasanteil. Aber da steht doch teilweise 100 Prozent Biogas drauf. Wie geht das? Wenn ihr die 100 Prozent Biogas an der Tankstelle kauft, bekommt ihr 99 Prozent fossiles Erdgas und einprozentiges Biogas in euren Tank. Der Tankstellenbetreiber kauft dann aber so viel Biogas ein, wie ihr bezahlt habt. Und das wird dann vermutlich auch eingespeist. Ob das dann aber produziert wird und ob die Produktion deswegen ansteigt, könnt ihr erstmal nicht nachvollziehen. Es kann aber durchaus einen Anreiz darzusetzen. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, das geht in Ordnung. Also da muss man jetzt nicht so hart kritisieren. Okay, aber wo kommen denn jetzt die 40 Prozent her? Laut einer E-Mail vom ADAC, die er uns geschickt hat, die auch wie gesagt unten in der Beschreibung zu finden ist, beziehen sich die 40 Prozent nicht auf den Biogasanteil, den man wirklich tankt, sondern auf die Anzahl der Biogastankstellen. Eine sehr, sehr merkwürdige Betrachtungsweise in unseren Augen. In dieser E-Mail geht der ADAC sogar davon aus, dass sich der Anteil im letzten Jahr auf 60 Prozent erhöht hat. Hier ist ein Zitat. In Deutschland sind derzeit knapp 810 CNG-Stationen in Betrieb. Davon sind über 60 Prozent, aktuell 533, der CNG-Stationen auf 100 Prozent Biogas umgestellt. Insofern hat der Anteil im Vergleich zu den noch im ADAC-Eco-Test verwendeten Daten von 2020 sogar weiter deutlich zugenommen. Okay, die Aussage vom ADAC ist in unseren Augen also so nicht haltbar. Das ICCT tut dies im Übrigen nicht so. Die rechnen mit den Werten, die im Gasnetz physikalisch vorhanden sind. Und ein weiteres Problem ist, man muss sich halt, wenn man sowas macht, auch ganz ehrlich die Frage stellen, wie viel Biogas oder genauer gesagt Biomethan kann denn überhaupt noch produziert werden? Und ich würde sagen, da fragen wir einfach mal den Experten, Professor Quaschning, was sagen Sie dazu? Erzählen Sie es uns. Die Frage ist natürlich, ist das ein Weg, den man auf einen großen Teil der Automobilflotte übertragen kann? Und da kann man ganz klar sagen, nein. Also wir haben mal überschlagen, selbst wenn ich sämtliche landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland hernehmen würde, um dort zum Beispiel Biodiesel oder Biogas zu erzeugen, würde es nicht ausreichen, um die deutsche Autoflotte zu betanken. Dann hätten wir nichts mehr zu essen und könnten trotzdem nicht alles mit dem Auto fahren. Das zeigt also, das Biogas ist eine absolute Nischentechnologie, die für eine Handvoll Autos funktioniert, aber nicht für die breite Flotte. Und insofern ist das natürlich lächerlich. Man kann so eine Rechnung für einen Fuhrpark von, was weiß ich, der Berliner Feuerwehr machen oder so, wenn die dann Gasautos hätte, aber nicht für die deutsche Automobilflotte als Persilschein dann dafür, weil es nicht funktionieren wird. Und deswegen halte ich diese Rechnung dann auch wiederum für unseriös. Für den einzelnen Tankstellenbetreiber ist es okay. Aber der ADAC versucht ja generelle Aussagen zu machen und sagen also, das Gasauto ist eine Alternative, weil... Und dann müsste man natürlich auch sagen, okay, funktioniert das noch mit 10 Millionen Autos? Und dann kann man ganz klar sagen, nein. Der Strommix bedeutet so viel wie, woher kommt unser Strom? Dieser Wert ist natürlich absolut wesentlich für die Bewertung von E-Autos. Also schauen wir uns nochmal vom Fraunhofer-Institut an, wie das Netto, also das, was aus der Steckdose wirklich kommt, im Moment so circa aussieht. Der Großteil kommt immer noch von Fossilen, aber Erneuerbare können sich langsam auch echt sehen lassen. Wir haben euch ja eben erklärt, dass das 100% Biogas an der Tankstelle physikalisch 1% Biogas enthält. Der Tankstellenbetreiber aber dann das entsprechende Biogas kauft und das dann ins Gasnetz eingespeist wird. Dann ist jetzt die große Frage, wenn der ADAC das so rechnet, warum macht man das nicht auch beim Strom so? Der ADAC nimmt beim Strom nämlich dann den aktuellen Strommix. Und da kann man dann die Frage stellen, warum nehme ich jetzt dann nicht 100% Ökostrom? Denn kaufen kann ich das. Auch wenn diese Werte, ähnlich wie beim Biogas, dann nicht aus der Steckdose kommen. Und man kann jetzt hier auch die Frage stellen, warum wäre das überhaupt legitim? Naja, wenn du oder eine Stadt eine Wallbox oder Ladestation kauft und eine Förderung in Anspruch nimmt, was im Moment meistens der Fall ist, dann muss diese einen Ökostromtarif benutzen. Und das hingegen berücksichtigt der ADAC halt nicht. Und hier findet in unseren Augen eine Bevorzugung von Gasautos bei der Berechnung statt. Ob das jetzt absichtlich ist oder nicht, das wissen wir nicht, aber in Ordnung ist es in unseren Augen nicht. Denn eigentlich sollte man für beides nur die Werte nehmen, die auch real existieren. Und das macht der ICCT halt zum Beispiel. Okay, reicht euch immer noch nicht. Ja, ich habe tatsächlich noch was. Und ihr seht jetzt hier links die CO2-Emissionen vom ADAC für Strom und die CO2-Emissionen vom ICCT. So, jetzt kann man wieder die Frage stellen, was ist denn da schon wieder los? Und ich zeige es euch, ich werde es euch erklären. Es geht nämlich darum, dass ein Auto, wenn ich es jetzt kaufe, eine ungefähre Lebensdauer von 18 Jahren hat. Und jetzt die dicke Frage, naja, wie entwickelt sich der Strommix denn in 18 Jahren? Denn um eine Aussage darüber zu treffen, wie gut E-Autos sind, die ich jetzt kaufe, muss ich genau diese Vorhersage machen. Denn in 18 Jahren haben wir ja möglicherweise einen wesentlich klimaneutraleren Strommix. Wie macht der ADAC und das ICCT denn das jetzt genau? Und das erkläre ich euch jetzt. Ihr könnt jetzt hier sehen, wie sich die Emissionen im Strommix von 1990 in Deutschland geändert haben. Bis heute. Und man sieht, es fällt und zwar immer stärker. Das ist eigentlich eine super Sache. Also wir sind auf einem guten Weg. Der ADAC nimmt jetzt den Strommix so, wie er jetzt ist, also letztes Jahr oder dieses Jahr, zieht dann die Methanemissionen ab und tut dann so, als bleibt der Strommix jetzt für 18 Jahre, so wie er jetzt ist. Und ihr seht, dass der Strommix beim ADAC auch viel höher startet als der reale. Das liegt jetzt aber an der Quelle vom ADAC. Das ICCT nimmt diese Schätzung, die ich hier unten verlinkt habe, und ihr seht dann jetzt nochmal, wie das dann grafisch aussieht. Also rein optisch würde ich persönlich jetzt der Schätzung vom ICCT eher glauben. Kleiner Hinweis, die Kurve vom ICCT ist von mir so grob nachvollzogen. Und beim ICCT wäre auch noch Methan mit drin, läge also etwas tiefer. Trotzdem denke ich, man sieht, worum es hier geht oder was meine Aussage dabei sein soll. Okay, dann vergleichen wir jetzt mal den VW ab als Gas- und als E-Auto-Version. Einmal mit den ADAC-Zahlen, mit den ICCT-Zahlen und einfach nur mit dem tatsächlichen Strommix von heute. Übrigens cooles Auto, Martin. Als Berechnungsmethode haben wir uns an den Rechenweg des ADAC gehalten. Allerdings das auf das Jahr 2021 gebracht und dann noch zum Vergleich die ICCT-Zahlen eingesetzt, beziehungsweise den aktuellen Strommix. Fangen wir mit dem Gas-Up für 2021 an. Hier sehen wir, dass das ICCT die Emissionen fast 1,5 Mal höher einschätzen würde als der ADAC. Wie gesagt, alle Berechnungen und so weiter findet ihr unten im Link der Beschreibung, könnt ihr also komplett nachvollziehen. Schauen wir uns nur die Batterieversion des Up an. Mit dem Strommix vom ADAC liegt der VW-E-Up extrem weit oben. Wenn wir einfach nur den tatsächlichen Strommix von 2021 annehmen, der ja für jedermann öffentlich zugänglich ist, dann reduziert sich das Ganze schon massiv und der E-Up ist dann bereits schon wesentlich besser als die Gas-Version. Verwenden wir dann noch die Daten vom ICCT, dann schneidet der E-Up auf einmal erheblich besser ab als sein Gas-Kollege. Also schon krass, wie wahnsinnig das ändert einfach. Das Bild kehrt sich wirklich komplett um. Und selbst wenn man einfach nur den tatsächlichen Strommix nimmt, der im Moment herrscht, ändert sich das Bild vom ADAC schon vollständig. Die große Frage, ist denn das ICCT vertrauenswürdig? Die Frage muss man ja auch stellen. Und ich muss jetzt sagen, wir haben das wirklich lange nachvollzogen. Und die Berechnung vom ICCT ist wirklich extrem gut gemacht. Und auf jeden Fall so gut, wie man das im Moment machen kann, würde ich sagen. Aber unterm Strich bleibt es einfach ein Blick in die Glaskugel, denn wir müssen 18 Jahre in die Zukunft schauen. Und wie entwickelt sich der Strommix, wie werden Emissionen der fossilen Ketten aussehen und so weiter. Zahlreiche Klimaschützer und auch YouTuber stellen diese Studien sehr, sehr oft als absolute Wahrheit dar und das sind sie einfach nicht. Auch wenn ich selbst Klimaschützer bin und mich einsetze, so sollte man doch auch hier irgendwie wissenschaftlichen Standards entsprechen. Ansonsten schadet ihr im Prinzip unterm Strich nur unserer Sache und Glaubwürdigkeit. Und das finde ich halt auch nicht gut. Und wenn man nicht weiß, wie diese Rechnungen aufgestellt worden sind oder wie sie funktionieren, dann sollte man vielleicht am besten auch gar nicht darüber reden. Wir fordern hier und heute den ADAC dazu auf, die von uns aufgezeigten Probleme des Eco-Tests so gut wie möglich zu korrigieren. Denn diese Rechnung stellt Gasautos wesentlich besser dar, als sie sind. Zudem wird das niemals eine echte Option sein, da wir einfach nicht genug Biogas herstellen können. Aussagen wie Erdgasautos sind am umweltfreundlichsten, sind keinesfalls haltbar und auch nicht zielführend in unseren Augen. Ich möchte aber auch lobende Worte aussprechen, denn der ADAC geht wirklich super offen mit seinen Berechnungen um. Die haben uns alles offen gelegt und es ist auch echt viele Auskünfte offen und ehrlich gegeben. Also es war eine super, super coole Sache. Das ist in meinen Augen auch ein echter Hinweis darauf, dass das Ganze vermutlich keine Absicht war. Also, lieber ADAC, wenn ihr die Rechnung korrigiert, dann werde ich vielleicht noch zum echten ADAC-Fan. Also kommt, gebt euch einen Ruck und macht das einmal ordentlich, denn es lohnt sich. Was wir aber auch noch zeigen möchten, alle Rechnungen, egal wie gut sie gemacht sind, sind immer ein Blick in die Glaskugel. Gerade bei der aktuellen Situation mit den steigenden Energiepreisen und dem Plan der Regierung, eine schnelle Unabhängigkeit von russischen Energieträgern zu erlangen, ist eine verlässliche Zukunftsbetrachtung einfach wahnsinnig schwer. 18 Jahre in die Zukunft kann keiner schauen, aber genau das ist notwendig für diese Berechnung. Denn so lange halten Autos einfach im Schnitt. Aber beim ICCT kann man zumindest von der bestmöglichen Glaskugel reden. Dennoch fordere ich auch von Klimaschützern und Wissenschaftlern, besonders diejenigen, die öffentlich auftreten, diesen Sachverhalt korrekt wiederzugeben. Denn solche Berichte werden gerne als Realität dargestellt und die große Unsicherheit darin verschwiegen. Auch das schadet der Glaubwürdigkeit und letztlich dann auch unserer Sache. Okay, vielen Dank an Nick, der zusammen mit mir diese tolle Recherche gemacht hat. Ohne deine Zuarbeit hätte ich das nicht geschafft. Wir sitzen jetzt echt schon seit vielen, vielen Wochen an diesem Projekt und wir haben beide wahnsinnig viel Freizeit dafür geopfert. Auch vielen Dank an Professor Hundhausen und Professor Quaschning für die super nützlichen Beiträge in euren Support. Also macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.